Mein Name ist Albert Peer. Ich bin der Inhaber der Peertools AG. Wir sind hier in Vdan auf 1650 Meter. Wir sind die höchstgelegene Werkzeugfabrik Europas. Ich habe die 1986 Firma von meinem Vater übernommen. Im 2015 haben wir die Peertools AG mit meinem Sohn zusammen gegründet. Wir sind ein Schärfbetrieb und ein Werkzeughersteller. Alles, was mit Schneiden zu tun hat, können wir anschärfen. Messerschärfen ist eine Handarbeit. Die Maschinen können nur einen Teil davon schleifen. Der Fertigschleif ist eigentlich ein Handschliff. Unsere Kunden sind Schreinereien, Metallbauer, Zimmerreihen, Präzisionsmechanische Betriebe in der Schweiz, aber auch im nahen Ausland. Das heisst, der Kunde kommt zu uns mit einer Zeichnung, mit einem Problem, das er gelöst haben will und er findet das Werkzeug nicht auf dem Markt. Wir stellen dann das Werkzeug her, das dezess auf seine Maschine passt. Wir habe ich kennengelernt durch Kollegen, die gesagt haben, da musst du mal auch reinschauen, das ist eine gute Sache. Dann habe ich das angeschaut und gefunden, da will ich auch mitmachen. Und jetzt bin ich schon über 30 Jahre dabei. Das funktioniert gut. Dank Wir können wir neue Kunden in der Schweiz ansprechen, die sonst nie zu unseren Sengedin kommen würden. Wir können Wir platzieren im Unterhalt von unseren Fahrzeugen. Einen Teil können wir auch Maschinen kaufen. Wir setzen es aber auch in der Gastronomie einsetzen. Das Wir-Netzwerk ist auch eine ganz interessante Sache. Da können wir unsere Kunden, unsere Kollegen treffen. Wir können auch neue Kunden gewinnen, durch Gespräche, die wir dort hatten. Dank Wir gewinnen wir ganz einfach neue Kunden. Vielen Dank.